Let's all tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a climb. If you wanna touch my precious caution. Nada, wir müssen jetzt hier Horror Game machen, ne? Ist keine Kuschelstunde jetzt. Fängst du gerade erst an mit Guaro? Das ist jetzt hier, äh, first. Also keine Ahnung. Anscheinend kennen das auch noch nicht so viele, deswegen ich jetzt auch so... Ist das zu laut oder so? Ja, natürlich. Ach, ich muss was machen, lol. Ich dachte... Tja, was ist denn das für eine Steuerung, um Gottes Willen? Was ist denn das für eine Steuerung, um Gottes Willen? Ich hoffe, du kriegst einen fetten Jumpscale. Nein, Leute, ich schmeiß wieder... ...votieren. Ach, lord. Oh, wir haben einen Brief. Lesen. Von deinem Cousin, Roveo. Oh. Ach so, Leute. Mehr steht hier nicht drin? Ich dachte, das geht jetzt auf. Mhm. Was ist jetzt alles... Was soll ich denn jetzt hier machen? Warte mal, hä? Kann ich die anmachen? Scheiße. Ich muss den Griff finden. Ich muss den Griff finden. Ich muss den Griff finden. Dad? Wo steht hier denn, Luca? Heute, ich bin so kacke und sowas. Mein Dad ist dahinter, oder was? Junge, hier liegt nichts. Wo ist Luca? Ich bin Luca. Glaube ich. Für was soll denn der Fernseher da sein? Das macht den Kack aus jetzt. Junge, ich brauche das Licht von dem Fernseher. Ich kann auch nicht springen oder so. Kann ich mich wenigstens... Oh, warte mal. Hallo. Ey, Junge, ich hätte das auf PC kaufen müssen. Was ist das? Ach, das ist der Griff. Das ist der Griff. Wir haben den Griff. Und damit muss ich jetzt die Tür aufmachen, oder was? Ich hasse Horror-Spiele. Wieso denn? Wir sind weiter. Ach, ich dachte, wir machen das jetzt dramatisch und schlagen das ein, oder so? Nein, Leute, das ist jetzt scheiße hier. Ich habe mich so darauf eingestellt und sitz hier. Wo bin ich denn? Ey, ich schwöre, die Steuerung ist so scheiße. Geht's? Okay, ich muss raus hier. Abgeschlossen. Wo soll ich hier hinlaufen? Ich bin eingesperrt. Hä, was soll ich denn hier benutzen? Hä, Junge, hier ist irgendwas rechts vor mir. Ist abgeschlossen. Ah, hier kam ich her, okay. Oh. Galake. Ne, das muss ich jetzt nicht abziehen, oder? Ja, das war so obvious. Kann ich auch irgendwie schneller? Oh, ich kann schneller laufen. Okay, 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 okay. Ach, du heilige, guckt euch die mal an. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. So, cool, wir sind eingesperrt. Hat mich schon ein bisschen erschrocken. Was, L2 halten? Was? Hm, nee. Eigentlich ja nicht. Aber für was habe ich denn jetzt das... Für was habe ich denn jetzt das Foto ge... Ich will ja eigentlich nicht raus, also... Gibt es hier drin noch irgendwas? Eigentlich habe ich jetzt... Habe ich nicht eine Taschendampe oder so? Das ist ein bisschen ein bisschen... Bist du da? Oh, ich will ja... Ich will ja nicht... Digga, was ist denn hier los? Wir machen mal Bilder Ich kann hier nichts benutzen, aber was soll ich denn hier auch benutzen können? Was wollen die von mir mit der Uhr? Was ist das? Wieso ist denn das jetzt hier wieder zugedeckt? Ah Ah Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020